Das ist Donnie. Das ist Donnie. Scheiße, da war der Witz. Schade. Das war ein Freier, oder? Jetzt noch mal. Genau. Das ist Donnie. Donnie? Stimmt, die war ja auch noch da oben. Der Uwe hat einen geilen Schrei losgelassen. Der Uwe war das Ausschlag. Der Uwe war super. Der Uwe war richtig schön abgesprungen. Alles tipptopp, das sah echt gut aus. Dein Sprung war aber auch geil, Chris. Der Uwe war echt super alt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die ging ja auch schon weit runter. Ich hab jetzt so... Wir sehen die heute. Ja, wir haben von dir gesehen. Wenn man nichts mehr sehen hält. Boah, hä? Millimeter dabei. Auf jeden Fall, Roberts weibischer Schrei. Kommen wir das hin. Tatsächlich? Oh Mann. Oben hat man nichts gehört. Ich hab überhaupt nicht geschrien, oder? Doch. Ja, aber oben jemand. Nein, nein, das warst du. Nee, ich hab nicht geschrien. Wir haben das Video. Ranzoom? Ich hab definitiv nicht geschrien. Weibischer schreibt, irgendeine Frau ist ja gesprungen. Ariane? Jetzt ist Ariane. Ich hab mal angesoomt, das ist Ariane. Alles zuerst ist Ariane. Oh, hat sich nicht rasiert heute. Irgendwann so. Ah. Irgendwie. 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 Ist nicht real. Ich hab angesoomt, das auch. Oder doch? So. So. Wie ist das Hochziehen und so? Das stelle ich mir noch nicht so. Ja klar, aber du siehst halt nochmal die Kompetenzierung und sowas. Das ist gar nicht so schlimm. Du bist ja die ganze Zeit beschäftigt. Aber das war lustig. Vor allem, ich hab mich die ganze Zeit gedreht. Ich hab halt versucht die ganze Zeit so. Und nicht so. Krass. Das würde jetzt alles viel zu dunkel werden. Todes brauche ich nicht mehr machen. Ja. Ich brauche keine große ISO zu einstellen. Wir sind auf jeden Fall. Schöne Filmchen fürs Innenhaus. Das ist nur so eine Spürsäge. Ich fand du das erst gesehen. Ich sprung ja nicht. Ich weiß nicht warum das ist. Aber da kann man schon mal das Video draus machen. Ich bin halt umgestattet. Ich bin ja irgendwie 10 oder so gesprungen. Da kannst du die ganzen Absprunge setzen. Ja genau. Und hab dann halt weitergelaufen quasi. Und hab halt gedacht, ich springe noch so ein Stück ab. Aber es hat mir wirklich gereicht. Aber ich bin echt enttäuscht von euch. Dann bin ich halt so. Okay. Die Position stimmt nicht. Ich hab halt gerudert. Ich bin enttäuscht von euch, dass ihr mich für Ariane geklärt habt. Ich will. Ich will. Gleiten. Gleiten. Ich hab die Kamera noch umgezogen. Ganz am Ende hatte ich das. Ganz am Ende hatte ich das.